Herzlich Willkommen hier bei JTI Games. Ich bin Chris und freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Fortnite Season X Season 10, ihr wisst Bescheid, einfach nur mega nice. Heute mit den Herausforderungen und zwar unter Roadtrip oder doch Roadtrip. Ja, wir machen folgendes, zerstöre, stopp, schl- meine Güte. Chris, Chris, kannst du nicht mal vernünftig mit den Zuschauern reden, was denken die denn von dir? Ja, so Leute, wieder beruhigen, ja. Und zwar, zerstöre Stopp-Schilder, während du das Outfit Katalyst benutzt. Ist recht einfach, ihr geht in euren Spind, wählt dann Katalyst aus und zwar ist das den, den ihr bei der Battle Pass Stufe direkt frei bekommt. Eher hier ist das. Und geht am besten zu Pleasure Park. Es gibt drei verschiedene Orte, die gut sind. Megamall, ich glaube Tilted ist gut. Megamall sind, glaube ich, drei Stopp-Schilder, Tilted zwei oder umgekehrt. Aber in Pleasure Park, da sind auf jeden Fall acht Stück. Und die werden wir jetzt mal kurz zerstören. So Leute, ganz passend eigentlich, und zwar dieser Emot hier. Ganz schön unauffällig. Aber es passt, wir gehen zu Pleasure Park. So, Stopp-Schilder, wo bist du denn, wo bist du denn, wo bist du denn? Ich sehe keinen, da ist schon, ah, ist das ein Stopp-Schild? Nee, da ist ein Stopp-Schild, da ist ein Stopp-Schild, zack, zehn Stück, ich sind ja nur acht. Ach ja, ich soll nicht tanzen. Ach so, aha, ja, ja, mache ich trotzdem, ja. Was hast du davon? Und den kriegst du, selber schuld. Ja, und so macht ihr das einfach die ganze Zeit, während ihr in irgendeinem Match seid, völlig egal wo, merkt euch auf jeden Fall. Pleasure Park merkt euch auf jeden Fall, Megamall, Tilted. Ähm, und da sind auf jeden Fall genügend Stopp-Schilder. Eigentlich sollen hier acht Stück sein, die sehe ich jetzt nicht, ich weiß noch nicht, wie viele weggehackt wurden. Aber, ähm, so einfach geht das. Deshalb Leute, checkt den Channel ab, da sind noch mehr Sachen, und es freut mich unheimlich sehr, dass ihr mit dabei seid, hier bei der Season X. Mit euch, ähm, kann es einfach nur geil werden. Ja, deshalb, ich muss ehrlich zugeben, ich liebe euch alle. Jeden einzelnen, und deswegen bekommt ihr von mir auch den. Hier, äh, den. So, bis zum nächsten Video.